Wenn sie sich in der Fremde aufhalten und Landsleute treffen, fällt sie dann heimweh? Oder dann gerade nicht? Worauf können sie verzichten? A. Die Heimat? B. Das Vaterland? Oder C. Auf die Fremde? Was bezeichnen Sie als Heimat? A. Ein Dorf? B. Eine Stadt oder einen Stadtteil? C. Einen Sprachraum? D. Einen Erdteil? E. Eine Wohnung? Einen Erdteil? Einen Erdteil? Einen Erdteil? Einen Erdteil? Einen Erdteil? Einen Erdteil? Gesetzt den Fall. Sie sind in ihrer Heimat verhasst. Könnten Sie bestreiten, dass das ihre Heimat ist? Hat Heimat für Sie eine Flagge? Vielen Dank.